Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kuschel und in diesem Video zeige ich euch, wo ihr einmal Midas Goldenes Lama finden könnt. Und zwar müsst ihr das Ganze zwischen dem Schrottplatz, einer Tankstelle und eben den Campingplatz suchen. Und das Ganze findet ihr hier oben in der Nähe von Frenzy Farm. Ich zeige euch das natürlich hier auf der Karte. Und alles, was ihr jetzt machen müsst, ist einmal hier landen und sobald die Challenge, also die Herausforderung aktiv ist, dann einmal hier in dieses kleine Gebäude reingehen und dann hängt das goldene Lama hier an der Wand. Einfach mit eurer Aktionstaste einmal durchsuchen und ihr seid mit der Herausforderung fertig. Danke fürs Gucken, Leute. Ich streame mehrmals die Woche auf Twitch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann!